Jetzt ist also schon der zweite Teil, leider finde ich es nur mit Handy, aber ich habe jetzt eine kleine Ratschung. Hier ist meine Schwester bei den Schlemen zu bauen und jetzt habe ich hier so zwei Dinger von Silvester. Jetzt schauen wir mal, naja, viel wird nicht passieren. Das war es auch schon, es ist nicht viel passiert. Ein bisschen schwarz, ein bisschen, ja, das ist gesund für den Schneemann. Ja Leute, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und schaut euch jetzt das kleine Video an. Willkommen zu diesem kleinen Video, wer kennt mich ja noch? Viele von euch haben schon gefragt, warum ich keine Videos gemacht habe in letzter Zeit. Das liegt daran, dass ich jetzt, mein Offenheimprogramm ist abgestürzt, irgendwie. Jetzt muss ich erst ein neues bekommen, irgendwie. Mal schauen, jetzt gehe ich mal hier ein bisschen rum. Mir ist langweilig, dass heute der Samtag. Aber ja, das neue Programm wird dann bald kommen. Ich schätze mal, ich schätze mal, Spätestens diesen Mittwoch, Donnerstag, wird es hier sein. Nein, kommen nicht mehr wieder. Die weiteren Videos. Kleine Kinder. Großes Auto. Ja, dann wird nächste Woche, also diese Woche, Mittwoch, Donnerstag, das ist so in der Hälfte der Woche, wenn dann weitere Videos wieder folgen. Regulär, also wie immer. Gemeinschaft und so weiter. Jetzt auch, ich gucke ein paar Farben abends und so. Dann wird, ich glaube, es ist ein Freitag oder Samstag, einmal ein Scherzvideo kommen. Wie ist das Letzte, werde ich auch verlinken können. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, dann bis Mittwoch, Donnerstag.